Was machst du am Computer am meisten? Ich spiele meistens PC-Spielen. Spielst du auf einer CD oder direkt im Internet? Ich spiele sie direkt im Internet. Was machst du im Internet am meisten? Ich gehe auf Google Bilder und schaue mir Bilder von Ladmaschinen an. Ist das das Einzige? Nein, ich schaue mir auch noch Musik wieder an, Volksdünnel und so. Ich brauche den Computer selten, ein bisschen nicht. Was machst du dann? Ja, Fernsehsalon oder etwas anarbeiten oder ja. Was machst du denn, wenn du Informationen brauchst? Zeitunglesung, Radio... Nehmt mir drei positive Sachen am Internet und drei negative. Positiv finde ich, dass man schnell Sachen recherchieren kann. Zum Beispiel Bücherzettel. Negativ finde ich, dass es immer so schnell die Viren auf die PC lädt. Positiv finde ich, dass man bei SPB auf dieser Seite Fortpläne rauslassen kann, für eine Reise zu machen. Negativ finde ich jetzt gerade nichts. Mit dem Internet habe ich nichts am Hut. Mit dem Internet habe ich nichts am Hut. Ich schaue mich nicht am Hut. Ich schaue mich an. Dann schaue ich eine Beine an.